VL Chitsche ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt sechs Kilometer westlich von Trutnov und gehört zum Okres Trutnov. Geografie VL Chitsche erstreckt sich im Riesengebirgsvorland im Tal des Baches VL Sikipodok. Nachbarorte sind Hertvikovice und Hiradecek im Norden, Kalnavode, Peklo und Hornistare Mesto im Nordosten, Dolnistare Mesto. Trutnov und Volanov im Osten, Oplanov, Dolniki, Tridomi, Sevaka und Dolnistare Buki im Südosten, Letna und Pilnikov im Süden, Czotevici, Kalowka, Lesny, Domki und Zermna im Südwesten, Janski, DVUL im Westen sowie Leopoldov und Jawornik im Nordwesten. Südlich des Dorfes verläuft die Bahnstrecke VL Chitsche liegt anderthalb Kilometer außerhalb des Dorfes. An der Staatsstraße I-16 zwischen Trutnov und Pilnikov Geschichte Die erste schriftliche Erwähnung von Vilschitsche erfolgte 1336 als Besitz des Ritters Otto Lapide, dessen Sitz die Burg Stein war. Der Name des Dorfes leitet sich vom slawischen Wort VLK her. Im Jahre 1365 wurde der Ort als Vilschitsch, ab 1384 als WL Czitsch, 1542 als WL Czitsche und 1654 als WL Czitsche bezeichnet. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts gehörte die Herrschaft zu den Besitzungen des Geschlechts Silvar von Pilnikov, die die neue Burg Breckstein erbauen ließen. Adami Silvar von Silberstein gab der Burg in den 1530er Jahren den neuen Namen Silberstein. Christoph Silvar von Silberstein ließ in den 1550er Jahren mitten in VL Czitsche eine neue Feste errichten. 1581 gaben die Silvar von Silberstein die Burg Pilnikov auf und machten Silberstein und VL Czitsche zu ihrem Hauptsitz. Wegen der Beteiligung am böhmischen Ständeaufstand verlor Adami Silvar von Silberstein nach der Schlacht am Weißen Berg 1622 die Güter VL Czitsche. Tremisner und Trebenau-Sewes Seine Besitzungen wurden 1623 von der böhmischen Kammer an Albrecht von Waldstein verkauft. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg Silberstein ruiniert. 1675 erwarb Johann Adolfi, Fürst zu Schwarzenberg, die Herrschaft Wildschütz mit dem Städtchen Pilnikov und dem Wüstenschloss Silberstein. Johann Adolfi ließ 1682 auf den Fluren des aufgehobenen Meierhofes Silberstein am Fuße der Burgruine das Dorf Silberstein anlegen. Im Jahre 1775 war VL Czitsche eines der Zentren des Bauernaufstandes im Riesengebirgsvorland. Nach der Niederschlagung des Aufstandes am 26. März an den Humlav KOPCI wurden zehn der Redelsführer hingerichtet. Johann Fürst von Schwarzenberg tauschte 1789 die aus 13 untertänigen Orten bestehende Herrschaft bei Kaiser Josef II. gegen Borowani ein. 1790 kaufte der Arnauer Textilfabrikant Johann Franz Theer die Herrschaft, die dabei als Wildschütz bzw. ABL Czitsche bezeichnet wurde. 1834 bestand Wildschütz mit dem Johanneshof, der Stachelmühle, der Steinmühle und den Mornerhäusern aus 185 Häusern und hatte 1256 Einwohner. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften gehörte die Gemeinde Wildschütz VL Czitsche mit den Ansiedlungen Silberstein, Silberstein, Höllenhäuser, Peklo und den Einschichten Johanneshof, Jansky, D.V.U.R., Steinmühle, Kamenny, M.L.Y.N. und Stachelmühle, W.S.U.W.M.L.Y.N. sowie drei Häuser von Jawornik ab 1850 zum Gerichtsbezirk Trautnau bzw. zum Bezirk Trautnau und hatte 1308 Einwohner. Während der Schlacht bei Trautnau diente das Schloss 1866 als österreichisches Lazarett. 1869 lebten in den 201 Häusern der Gemeinde 1248 Menschen. Die Bahnstation Wildschütz wurde am 1. Oktober 1893 eingeweiht. Im Jahre 1900 bestand die Gemeinde aus 197 Häusern und hatte 1122 Einwohner. Danach war die Zahl der Einwohner weiter rückläufig. 1921 waren es 987 und 1930-957. In Folge des Münchner Abkommens wurde Wildschütz 1938 dem Deutschen Reich angeschlossen und gehörte bis 1945 zum Landkreis Trautnau. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Ort zur Tschechoslowakei zurück. In Folge der Vertreibung deutscher Bewohner lebten 1950 in den 189 Häusern von V. L. Tschetsche nur noch 504 Personen. 1961 war die Einwohnerzahl auf 436 und 1970 auf 424 gesunken. 1980 bestand V. L. Tschetsche aus 97 Wohnhäusern und hatte 447 Einwohner. Der Tiefstand wurde 1991 erreicht, als in den 104 Häusern lediglich 397 Menschen lebten. Beim Zensus von 2001 wurden 412 Einwohner und 115 Wohnhäuser gezählt. Seit 2003 führt V. L. Tschetsche ein Wappen und Banner. Im Jahre 2011 lebten in den 177 Häusern von V. L. Tschetsche 499 Personen. Ortsgliederung. Für die Gemeinde V. L. Tschetsche sind keine Ortsteile ausgewiesen. V. L. Tschetsche besteht aus den Katastralbezirken V. L. Tschetsche und Hörer der Tscheck. Sehenswürdigkeiten. Schloss V. L. Tschetsche, der dreiflügelige Barockbau mit Park entstand zwischen 1794 und 1797 für Johann Franz Thea anstelle der alten Feste. Kirche des H. L. Adalbert, sie ist seit 1365 als Pfarrkirche nachweisbar, im 17. und 18. Jahrhundert erhielt sie ihre barocke Gestalt. In einer Seitenkapelle befindet sich die Familiengrablege des 1861 erloschenen Geschlechtssilber von Silberstein. Barockes Pfarrhaus errichtet 1724. Friedhof mit Renaissanceister und klassizistischer Grabkapelle aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Ruine der Burg Breckstein in Hörer der Tscheck. Reste der Wachburg Horni V. L. Tschetsche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nördlich Sessdorfes, sie wurden 1974 entdeckt. Söhne und Töchter der Gemeinde. Wend Elen Förster, österreichischer Romanist.